Am besten ich mach hier ungefähr den Eingang hin. Ja, dann würde ich sagen, ich kann ja mal gucken, wie das aussieht, wenn nicht. Habe ich ja gar nicht. Ach Gott, ich hab's gebrannt. Nein. Ich muss nur mal zurück und dann nehme ich mir auch gleichzeitig das Bett mit und stelle das da ins Haus rein. So, die Sonne geht auch unter ein bisschen. Jetzt stottert's. Ja, guck, da hat's angefangen. Ich weiß nicht, woran's liegt, ehrlich gesagt. Keine Ahnung, aber es hat seit dem neuen Texture Pack, oder muss ich das noch ein bisschen da dran gewöhnen? Ich weiß es nicht. Ich bleib jetzt mal im Tier stehen und erzähl mal im Moment nichts. Jetzt geht's wieder weiter. Auf jeden Fall ist das schneller wieder weg als letztes Mal. So, ich brauche, oder soll ich Steinziegel auch dafür nehmen? Ich nehm' Steinziegel dafür. Muss ich zwar wieder schön brennen, aber dann nehm' ich mir nämlich auch einen Ofen mit. Mit Kohle wahrscheinlich. Ja, muss ich, ja. Dann muss ich nämlich nicht so viel laufen, aber erstmal bleib' ich hier jetzt äh, schlafen über Nacht. Dann nehm' ich mir mal diesen Ofen hier mit. Ach, das bringt jetzt nichts. Ich muss ne Spitzsacke nehmen. Eisen Das Und ein, zwei, drei Meine Spitzsacke So, wo ist die da? Gut, dann mach' ich nämlich jetzt hier mal So Dann kann ich mal gucken, hab' ich hier noch Kohle? Neh' ich mir auch noch mal die Kohle mit und da Stein Nehm' ich mir noch mal mit Was hab' ich denn noch in den anderen Kisten? Peace Ja, okay, das war's dann halt mit Stein und dann nehm' ich mir noch das Bett mit Und dann hab' ich erstmal das Das stelle ich dann schön dahin, wo ich, ähm wo meine Nachbarn da wohnen Ich hab' gedacht, der springt ja Hm Gut, soll ich mir hier eben noch Stein abbauen ein bisschen Mach' ich mal Ich weiß ja nicht, wie viel ich brauch', deshalb Mach' ich hier noch eben mal ein bisschen Stein abbauen Und dann hab' ich's auch mit dem Stein So So das müsste vielleicht erst mal ein bisschen reichen zu viel bräuch ja daher so viel bräuchte auch nicht und dann mal gucken halt nicht kann ich ja wieder zumindest zurückgehen ist ja jetzt kann ist ja kein weg von drei stunden oder so und da sieht man noch die blätter so ein bisschen ist noch nicht alles runter gefallen aber sie doch schon mal youtube so dann baue ich nämlich hier mein bett und alles ein schon wieder stück soll ich muss gleich sowieso man ausmachen weil ich habe noch ein paar folgen auf reserve die muss ich noch konvertieren dann ja komm jetzt gehe weiter ja es geht weiter hässlich ob ich denn jetzt die sachen macht da so und das bett stelle ich doch mal dahin da tue ich jetzt mal die kohle rein und dann mal pflasterstein das hätte ich mir bauen müssen noch so und jetzt kann nicht kann ich was ist das denn für ein deutsch kann ich so machen und dann noch so und dann habe ich jedenfalls mal so ein bisschen stein und dann kann ich schon mal rüber gehen ich mach schon mal das grundgerüst für unser neues haus ich muss natürlich noch weiter irgendwie vielleicht da rein ja dann gehe ich einfach mal was warte ich denn jetzt ich gucke den stein ihren zeit an und macht nicht weiter ich überlege aber gerade ich bin grad ein bisschen in gedanken und dann reise ich ab sechs stück nach da oder ist es zu groß das ist so groß vielleicht 34 und da ist 1234 doch gott jetzt hängt schon wieder das ist doch das ist echt nervig jetzt eigentlich muss ich gucken was das wieso das ist weil damit habe ich keinen bock die ganze zeit so zu spielen wenn es ihren zeit stottert und da war meine maus gerade zu sehen die ist sowieso zu sehen soll ich da sowas hin machen das ist wie wo Vielen Dank.